Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Heute nun ein wichtiger Beitrag zum Kapitel Rektion der Verben und zwar die Dativverben. Also Verben, die nur einen Dativ nach sich haben oder die den Dativ regieren. Hier haben wir Ihnen wichtige Verben aufgelistet, die sollten Sie nach und nach alle beherrschen. Die Struktur ist immer dieselbe. Wir haben Ihnen mit dem Verb fehlen ein Beispiel gebildet. Was fehlt uns? Das ist der Dativ. Immer. Die Antwort ist einfach. Die wissen Sie auch. Zeit und Geld fehlen uns immer. Schauen Sie sich diese Verben genau an. Beschäftigen Sie sich etwas mit diesen Verben. Versuchen Sie einfache Sätze mit diesen Verben zu bilden. Wir werden dann in mehreren Übungen diese Verben auch einzeln besprechen und einzeln üben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg.